Liebe Gäste, herzlich willkommen in meiner Spielwiese, die Oldtimer-Garage. Seit 2013 organisieren wir jährlich mehrere Oldtimer-Veranstaltungen, die Meran-Klassics, Frühlings-Klassik, Sommer-Klassik, Herz-Klassik, die Wiener-Klassik und seit einigen Jahren auch die Mercedes- und Porsche-Klassik. Wunderschön und ein tolles Erlebnis immer wieder sind unsere wöchentlichen Oldtimer-Aperitifs, direkt hier bei mir in der Garage. Beliebt sind wir und bekannt geworden für Oldtimer-Clubs aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Clubs, die zu uns kommen, die wir dann persönlich anführen. Wir fahren voraus und zeigen so unseren Gästen die schönsten Strecken. Geheime Orte zum Picknicken, geheime Orte zum Aperitif, tolle Weinkeller, wo man ansonsten nicht hineinkommt. Die Bulli Tour, Bulli on Wine Tour. Jeden Mittwoch organisieren wir unsere legendäre Tour mit den VW-Bussen, mit dem Bulli T2 in die schönsten Weingüter Südtirols bis zum Kalterer See mit herrlichem Panoramablick. Am Freitag gibt es die Burgen-Schlössertour rund um Meran herum, ein unglaubliches Panorama. Ein besonderes Highlight bei uns ist die Oldtimer-Vermietung. Wir vermieten unsere VW-Busse, unsere Pagoden, Ferrari, Alfa, Fiat 500er. Die haben wir im Verleih und so kommen Gäste in Genuss unserer Oldtimer. Wir bereiten gerne einen Picknick-Corp vor und organisieren die komplette Routenplanung.